hallo ihr naturfreunde oder an alle die es etwas dreckig mögen dieses spiel ist dreckig und zwar spielen wir jetzt madrana also ich spiele und ihr guckt zu genau und madrana ist ein neues display von mir dass ich hier jetzt hin und wieder mal auf meinem kanal spielen werde und ja es gibt hier mehrere sachen zum einstellen ich habe schon mal geguckt bei einstellung und steuerung was ich hier wann wo drücken muss und so weiter aber gut im spiel wird das auch noch mal erklärt und ich denke mal wir fallen mal mit einzelspielern hier können wir uns karten auswählen wobei am anfang natürlich nicht alles freigeschaltet ist und ja auch ein paar gibt es hier schon aber man fängt am besten mit der ersten an und dann kann man hier auswählen ob man jetzt ein neues spiel starten will simulation oder gelegenheitsspieler ja und man hat hier ein paar autos zur auswahl da weiß ich nicht welchen ich am anfang nehmen soll ich denke mal ich nehme ich weiß nicht ob ich das auch so auswählen kann den roten hier versuchen wir es mal einmal roh und einmal schwarz oder was keine ahnung kartenstandards was ist das ach da kann man ja die sterne erhöhen wenn man das erhöht hat man den wagen statt der ist aber nicht geländefähig das heißt in ordnung ich gehe mal auf neue spiel starten simulation so dann warten wir man kenne zusatzteile und anhänger wir haben da jetzt eine meldung da kann man uns dann aussuchen ich habe jetzt hier meine kamera die ich drehen kann wie ich möchte dach koffer was kraft auf 80 liter wir haben jetzt hier koffer auf dem dach und so weiter ein ersatz rad nehme ich mal mit kann man die lichtbalken lichtbalken reparaturwerkzeug ähm reparaturwerkzeug wird mitgenommen so stoßhänger gut dann montieren wir das auch noch lichtbalken was das auch immer jetzt hier ist äh vielleicht vorne war es das ding hier ok lass mal sehen nein ähm ok so fertig das ist die hupe dann würde ich mal sagen ja das muss doch die anzeige muss doch jetzt weg oder nicht ähm das ist die handbremse so wir haben hier ne karte äh gut das bin ich und dann ist da noch was muss ich den auch noch machen montiere zusatzteil und anhänger 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 wo ist hier ein anhänger ich gucke ich sehe hier keinen anhänger hm lustig ok äh muss ich jetzt irgendwo hinfahren vielleicht den anhänger holen das könnte ja sein guck mal ich bin hier ne mit äh kapuze und äh also mütze habe ich und Bart und ja Holzfällerhemd das typische ähm lass mal gucken aber ich bin da ne dann äh ok was auch immer da ist leer Blockstelle ist offen Trucks ohne Rottladung dürfen passieren aha ähm Tankstelle da ist ein Sägewerk aber hm keine Ahnung wo ich da jetzt hin muss und überhaupt äh liefere acht Beladungspunkte an jeder jedes Sägewerk ja äh äh ähm 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 , pow *** BAM 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 HЁGETRAX und Pfadknoten auf der Karte aus ähm 4res , aha Aha, da kann man uns so rum wechseln. Ähm. Das geht ihr aber nicht. Äh. Ja. Wo ich da hin muss oder überhaupt? Ähm. Ha. Wir müssen wohl erstmal einen Wagen finden, wo ich da Holz aufladen kann, oder wie? Ähm. Der ist gesperrt. Westensohnsohn ist gesperrt. Fahre nahe an das Fahrzeug heran, um es freizuschalten. Alles klar. Das wäre hier. Aha. Aha. Der ist jetzt... Ne, der ist hier. Ach, der gesperrte ist... Uah. Da oben. Man hat nur ein bisschen Weg, aber da wo es dunkel ist, weiß man nicht, wie man da am besten fahren soll. Alles klar. Man muss erstmal die anderen Fahrzeuge freischalten. Hm. Der eine steht hier. Aha. In Ordnung. Ähm. Okay. Kann ich denn eine Markierungswalle mal... Damit ich überhaupt weiß, dann würde ich fragen, wo jetzt hier einer gesperrt ist. Eine Markierung? Kann ich denn eine Markierung machen? Ähm. Ah ja. Das ist jetzt eine... Ne. Markierung habe ich doch. Hä? Ähm. Jetzt so und so, dann gehen wir auf OK. X ist Fahrrad, ne? Ach so. Ähm. Moment. Also ich sehe ja keinen... Wie ist denn das mit dem... Hier links die Straße denn immerweil geradeaus oder wie? Hier links die Straße denn immerweil geradeaus oder wie? Da ist dann OK aber... Merkwürdig. OK. Ähm. Da hebe ich das auf genau. Gut. Ich versuche mal da irgendwie hinzukommen. Indem ich die Straße da langfahre. Ja. So 35 Malen darf ich noch fahren, aber... Na ja. Juhu. Immer mal wieder hupen. So. Und oben links kann ich jetzt sehen, wie weit ich noch entfernt bin. Da habe ich auch einen Vogel erträgt oder mehrere. Wow. Ja. Ja. Wie funktioniert? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallo, Kogen? Oh, ja. Ähm, oh, ja. Oh, ja. Okay, ich laufe durch, das ist gut. Oh, weia, Vorsicht. Ah, komm da. Hallo, Vogel-Erfreck, da ist ne Tankstelle. Aber ich muss noch nicht tanken, wir haben, äh, jetzt 2 Liter verbraucht oder so. 80 Liter hat er, 78 haben wir noch. So, wir lassen mal sehen, müssen wir jetzt hier weiter geradeaus oder wo bin ich denn? Da unten sind wir. Nein, wir müssen jetzt hier rum, einmal rechts und dann, alles klar. Oh, weia, weia, weia. Was haben wir hier? Ah, ja. Hahaha. Okay. Dann müssen wir hier in den Bereich. Warte mal, da ist ein Holzzaun vor, den können wir zwar kaputt machen, aber... so, den kann man freischalten, indem wir jetzt nah genug sind und, ja, können wir das jetzt hier so machen, ähm, ähm, weil wir mal am Motor mal abstellen. So, auf der Karte ist das jetzt hier der... Okay. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Dann nehmen wir hier den Rot, der Weg in den Rot. Nein. Das ist ja der hier. Moment. Den Roten da, den kann man doch irgendwie freifalten. ist das nicht der rote der gesperrt ist der zeigt dahin der ist gesperrt nein das ist der rote das bin ich der weiße das gitter nee das gitter ist das hier welcher ist denn hier ach das ist der ford genau so den haben wir jetzt freigeschaltet oder aber wenig benzin 23 von 80 noch halleluja und kaputt ist er auch okay den müssen wir reparieren und auftanken dann haben wir noch ein gesperrten der ist hier oben mitten im wald und am wasser okay mach ich da mal einen punkt hin der führt da durch dieses schwarze nix also da sind auch straßen oder wege ja aber nicht mit diesen kaputten hier dann nehme ich dann doch lieber meinen anderen nein nicht ins gitter der ist gesperrt okay dann nehme ich den so haben wir denn nein wir haben ja jetzt keine markierung sägewerk ich will nicht ins sägewerk ich will den ach der gesperrt ist da oben warte mal ja können wir doch auch vielleicht gute frage die straße die straße da oder ein fahrer und dann da rum wäre auch noch eine idee also in der möglichkeit hat eben neben das kürzer ist ne Ich fahre die Straße zurück und nehme dann den Weg erst mal gut. Ja, sonst ein Stück nach vorne und dann mal gucken, wie da das Wasser ist. Hier am Sägewerk durch. Sagen wir mal, wie tief ist das hier, ne? Gute Frage. Oder sagen wir, die Straße ist halt ein Umweg. Aber wenn das hier rot ist, ich meine, rot ist gefährlich. Das Ganze ist rot, außer hier unten. Wenn wir da unten zurückfahren und dann hier rein, den Weg da, das könnte man vielleicht machen. Hinter der Brücke. Mal gucken. Hoppala. Sind die Räder voller Schlamm? Wo ist der Wagen hier? Oh Mann. Äh. Eieieieiei. So, jetzt hier rein. Die ist aber ganz schön. Eieieiei. Warte mal Allrad, ne? Vielleicht ist das besser. Boah, aber es geht. Ich mach das mal wieder aus. So. So. Hier haben wir einen. Ach, den haben wir jetzt so freigefadelt. Na super. Das heißt, auf den kann Holz drauf. Aha. Okay. Aber ich hab auch noch den anderen. Ich bin jetzt hier. So, und ein anderes ist halt da oben. Eieieiei. Hier wird aber nur ein Stück oder was freigeschaltet, wo ich jetzt gerade bin. Na gut. Schauen wir mal. Ah, ja, ja, ja. Ist das schwer hier voranzukommen? Würden wir jetzt Raten, einrad machen. Hey. Klappt das nicht. Eieieiei. Eieiei. Wie die Natur hier, ey. Das ist ja. Ein schwerer Weg hier. Da muss mal gemacht werden. Auf ewig kann das nicht so weitergehen. Aaaaah. Eieieieiei. So, erstmal einrad auf. Mal gucken. Nee. Das ist nicht so besonders. Also wieder ein. Boah. Weg gespeichert. Das ist gut. Oh, oh. Boah. Ah. Oh. Wir haben Schaden genommen. Da waren wir nicht so. Oh, Vorsicht. Langsam, 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 langsam. Nicht, dass wir hier nochmal Schaden nehmen. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alter, da muss doch voll aufs Gas, ey. Gaspedale. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ist das der? Die wir frei halten müssen, ne? Oh, voll. Ey. Geil. Kommt ja so schlecht vorwärts. Halle. So. Ja, wie so. So. Hauen wir da. Na komm. Dich würde ich gerne. Hallo. Ah ja. Jetzt geht das. Gut. Da haben wir einen Tankwagen. Mal gucken auf der Karte. Nein. Wir sind jetzt doch. Wir sind hier oben. In Ordnung. Den haben wir frei gefaltet. Ähm. Das ist ein Tankwagen. So. Wir haben jetzt. Eigentlich. Ja. Keine richtige Aufgabe. Wir können ja machen, was wir wollen. Eigentlich. Ähm. 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 Wir können das mal vergucken. Also gucken die ja, wo wir was freischalten können. Jetzt haben wir hier natürlich. Nur die Straße. Da wird nicht mal ein bisschen mehr freigelegt. Hm. Hier unten. Hier unten ist der Skitter. Wo wir das Holz mit aufladen können. Ähm. Dann haben wir den Tankwagen. Dann haben wir. In Ordnung. Wir könnten. Segengemerk ist da. Das war der hier. Achso. Mal kurz halten. So. Der kann ja. Irgendwie Holz. was aufladen. Lassen wir mal sehen. Wie kann man das am besten mit dem machen? Oh. 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 Genau. Oh. Au. Oh. Okay. Oh. 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 Ich weiß nicht. Oh. 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 Hetiert hier. So, damit kann ich drehen. Dann haben wir jetzt den Dram und dann müssen wir den Druck halten. Aber das Ding lässt sich ja nicht drehen. In Ordnung. Huh. 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 Was für ein Lärm, der hier macht gut. Kann das Ding bewegen? Link, rechts, rauf, runter, aber ausfragen kann ich das nicht. Ähm. Hm. Wollen wir nach oben? Ne, jetzt auch nur das. Gut. Da, 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 da. Ähm. Dann lass mal sehen, wir haben jetzt Western Star, das ist der hier, der Tankwagen. Dann haben wir den hier. Und, hei, hei, hei. Okay, da können wir viele Sachen noch finden. Ach, sonst Punkte und hat so nicht gesehen. Ressourcensammler. Ähm. K5 Blazer. Ähm. K5 Blazer. Aha. Aha. Dann haben wir. Dann haben wir sonst im Moment keinen, wo was gesperrt ist, wo was freifalten können. Guti. Das heißt, wir können irgendwo hinfahren. Von da oben aus. Wo, Achtungspunkt, aber. Hm. Hm. X macht das wieder weg. Äh. Nein. Sonst. Beobachtung. Vielleicht kann man durch den Beobachtungspunkt irgendwas freifalten oder so. Zum nächsten Track wenn wir weg sind. So und so. So und so. Da. Okay. Äh. Eieiei. Ähm. Kann ich mit dem Tankwagen hier meinen Wagen auch tanken? Oder muss ich da erst wirklich zu einer Tankstelle fahren? Warte, das möchte ich gerne mal wissen jetzt. Ähm. Kann ich hier eher was machen? Tankwagen. Äh. Mit Tankwagen auftanken. Aha. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Vorgetankt. Okay. Gut. Das muss man ja alles erstmal ein bisschen üben, ne. Wie was geht und so weiter. Woll ich im Moment keine Tankstelle extra anfahren. Okay. Äh. 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 Ja. Dann muss ich jetzt mit dem Wagen irgendwie hier hin kommen. Planke hinzufügen. Habe ich ja. Ja. Ich würde mal sagen hier hin. Ah. Ah. Ja. Ja. Okay. Immerhin wird die Entfernung kleiner. Sehr gut. Oh baby. Man sieht ja jetzt kaum was an. Oh je. Oh je. O je. O je. Hilfe. Oh wait. Oh wait. 150 Meter. Moment, ein bisschen zurück. Warte, 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 warte. Oh, du kommst ja nie rüber. Vorsicht. Ja, es ist gut. Ah, Mann. Und dann, dieser olle Schlamm hier und so, der macht das extra noch glitzig und rückziger und uah. Gut. Oh je. Wir müssen hier aber im echten Leben nicht durchfahren. Ah, das ist wieder diese Brücke, wo wir einmal einen Faden genommen haben. Ja, diesmal sind wir gut rübergekommen. Oha. Oh, ist das schwer hier voranzukommen. Matt, 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 matt. Halt. Jetzt wurde es weniger. Jetzt wurde es wieder mehr. Moment. Wir sind hier. Die Beobachtungsstation ist hinter uns. Hinter uns ist eine Beobachtungsstation. Ah. Wir sind aber jetzt hier total im Dunkeln. Okay. Hm, aber da komme ich nicht hoch. Ähm. Eieieieieiei. Ja, ja. Navigation. Aha. Oh, toll. Jetzt haben wir mehr. Jetzt können wir mehr. Das ist gut. In Ordnung. Nach genug reinfahren, dann habe ich einmal wieder eine größere Stückkarte. Okay. Dann noch, da ist auch noch ein Beobachtungspunkt. In Ordnung. Äh. Hm. Ich würde mal sagen, vielleicht so erstmal. Das heißt, die Straße hier lang, wieder über die eine Brücke. Und hinten dann, wenn die Straße kommt, links abbiegen. Ähm. Hier so quer rüber über den Berg, das wäre... Ja, da weiß ich nicht, ob man da einigermaßen gut durchkommt. Und hier rechts rum. Ähm. Hm, 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 hm. Ja. Ich bin fast in der Mitte. Das ist jetzt natürlich... Ich nehme den Weg hinter mir und dann schauen wir mal an, ne. Oh, da ist jetzt ein dicker Felsen. Ne, das geht nicht. Warte mal. Rückwärts ist erstmal besser, ne. Nicht umkippen. Oh. Oh. Ich hab doch schon ein Aalrad hier, ey. Und rück den. Jetzt ist sofort nicht schwer. Ah ja, schön. Können wir mehr Licht machen. Haha. Oh, jei, jei. Hm. Oh. Nehmen wir noch das Wasser damit. Ei, 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 ei. Huh. Das ist das Anstrengen hier durchzufahren. Ei, ei, witz. Gut. Ei, 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 ei. So, jetzt müssen wir über die Brücke, ne, oder? Wir können. Nein, das ist da die Brücke. Wir nehmen den kleinen Weg hier jetzt auf der rechten Seite. Bleiben rechts, genau. Bis dann da die große Straße kommt. Da müssen wir links. In Ordnung. Ei, ei, ei. Was für ein schwerer Weg hier, ey. Boah. Da spritzt das Wasser so hinten raus, ey. Boah. Vorsichtig, Astlemmweg A, ey. Boah. Gibt Gummi hier, ey. Hmm. Boah. Boah. Alter, volles Tempo hier und du kommst da so schlecht hoch. Boah. Boah. Hammer. Was für ein Weg, ey. Wo ist denn hier die Stadtreinigung? Ich hab's gesagt, ja. Die hier was zu sagen haben. Wir sollen ja mal die Straße neu machen. Den ganzen Mats hier wegholen und dann... Vielleicht mit Teer drüber oder so. Alter. Boah. Boah. Oh. Wirklich, du großer Wagen. Hui. so hier kommt jetzt die straße oder was man straße nennen kann ja noch ein bisschen noch ein bisschen die sie besser aus hier man irgendwie mal wieder eine richtige strafe hallo ok wie gibt's er hier irgendwo vogel gleich hier das bett gespeichert das ist toll wir fahren über eine andere brücke moment moment stop 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 wir sind jetzt wir sind jetzt hier hat das aber noch der punkt das heißt ja wir müssen links hin also ich sehe aber noch weit und breit kein turm doch da hinten der muss das sein ja aber da sind dann doch mit sich das eben felsen wege wenn wir hier rein fahren mal sehen hier ist so eine art straße oh ja ja oh 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 ok moment anbremse jawohl jetzt können wir hier besser gucken das ist gut so jetzt haben wir das auch frei hier unten ist ein sägelwerk die brauchen irgendwie acht punkte oder was das eine hier oben braucht vier da ist auch noch ein beobachtungspunkt dann haben wir hier ist eine werkstatt die ist offen also ohne punkte gut dann versuchen wir jetzt mal da zu kommen aber das kriegen wir jetzt heute nicht mehr hin in ordnung dann fahre ich die straße weiter 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 ich werde mal gucken liebe leute so dann mache ich jetzt an dieser stelle schluss nach 45 minuten es ist jetzt ja nicht ganz so leicht wenn man hier immer am roten ist und so weiter und tief durch den schlamm fährt und ja wenn wir hier irgendwie noch was freigeschaltet haben dann kann man noch irgendwie holz abliefern dann kriegt man noch irgendwie punkte und so weiter und das ja die ecke hier schauen wir uns dann das nächste mal an bis dahin macht's gut schönen tag oder schönen abend je nachdem wann ihr dazu guckt und dann bis zum nächsten Mal sage ich bye 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 russlusslussl russlussl russlussl russlussl